Oh, hier liegt ein Beili, glaube ich. Bin ich auf dem Beili gelandet schon wieder? Bin ich schon wieder auf dem Beili gelandet? Willkommen zu einer weiteren Folge Helldivers. Die unfassbarsten Helldivers in dieser Helldiver-Geschichte. Sie droppen los, um weitere bilderbuchartige, zukünftige Handbuchvorlagen für Helldiver-Ausbildung zu gründen. Denn sie sind unfassbar. Sie sind atemlos durch die Nacht. Es geht los. Seid ihr bereit, ihr Lappen? Ja, bereit. Und das ist ein Geschütz. Los, das Geschütz reparieren. Wo ist es? Wow, Beili. Schlagen? Ja. Mal gucken, ob wir hier Mini-Atomobben haben. Warte, was sind denn jetzt zwei Geschütze? Ich glaube, ähm... Ja, guck mal nach einer Atombombe. Ich glaube, äh, haben wir keine. Sprengstoff, Sprengstoff, äh... Alles okay. Nee, ist okay, wir haben genug. Äh, Achtung, Spruckgekäfer! Schuss, ne, 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 ne! Oh, scheiße, tut mir leid, ich hab die Gatling nicht gesehen. Jetzt hab ich den Airstrike geordert. Achtung. Hat überlebt. Ja, los! Oh mein Gott. Ich fühle die Demokratie. Ach, scheiße. Ich habe die Raketen einfach vergessen. Oh, danke mein Held. Das ist wie so ein Mandalorianer der Beile gerade, ne? Los Mando! Sehr gut. Okay, sehr gut. Okay, jetzt das nächste. Da stirbt gerade alles. Es ist so eine geile, es sieht so gut aus hier auch einfach. Der Sturm, der Regen, die Frisur hält. Rom, die Sonne brennt. Wie heißt der Planet? Klen Dattu, die Sonne brennt. Die Demokratie hält. Der Abschaum sitzt. Hä? Okay. So, das haben wir auch geschafft. Dann weiter. Ja! So, auf ins Abenteuer. Ach du Scheiße. Okay. Hat was gefunden! Hm. Lade nach! Baili, dein Cape ist ein bisschen zerrissen. Wenn ich das dem Ordnungsdirektorat nenne, weitergebe, dann gibt es ganz schön Ärger. Das ist nachgelassene Demokratie. Wir benötigen ein Geschöpft, schicke ein oder andere ein, die Vordere befestigen. Jo. Ah ja, so. Angriff! Boah, guck mal. Ach so, das ist so ein Sprengtyp. Ich dachte jetzt etwas zermetzelt. Hier sind gar keine Nester, oder? Waren hier Nester jetzt? Es riecht so gut. Ja, hier waren auf jeden Fall irgendwas. Nee, da waren keine Nester. Egal, sie haben es trotzdem verdient, diese Mistviecher. Da sind die Nester. 40 Meter vor uns. 50 Meter. Vordere einen Adler an. Vordere einen Adler an. Hier kommt die Kavallerie. 15 Meter. Ja. Frisch da hast du das Stöckchen! Boah! Hast du noch eine Granate für das letzte Loch? Ja, die direkt explodierenden Dinger sind halt nicht gut. Nein. Also sie sind gut für manche Sachen, aber auch gefährlich. Mein Arm! Was ist das? Dass die Schnellkriege den Bescheid erbaut. Okay, ähm... Oh Gott! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Im Grund von der Demokratiii! Oh, scheiße! Oh, der hat mich weggesaftet. Das hat gesessen. Oh, hier liegt ein Weili, glaube ich. Bin ich auf dem Weili gelandet schon wieder? Bin ich schon wieder auf dem Weili gelandet? Was ist denn los mit dem Jungen hier? Level 50, hm? Hat bestimmt sein Level nur mit so Missionen hochgecheatet, die einfach zu lösen sind. Ja, fährt noch hoch. Dauert noch, glaube ich, 10 Sekunden. Ist jetzt bei, ähm... 90 Prozent. Ne, 5 Sekunden. Steht auch da. 4, 3, 2, 1... Jetzt! Einmal umdrehen. Einmal komplett umdrehen. Weiter, weiter, weiter. Hälfte. Weiter, 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 weiter. Und... Stopp! Punkt. 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 Ja, los, Min! Punkt. Ja! Boah, geil! Geh mir die Backlöcher mal zu machen. Los, die Backlöcher schließen! Was war das denn jetzt? Mine wahrscheinlich. Ah ja, habe ich vergessen. Oh, ich glaube, der hat dann alles verloren. Wie wäre es mit einem schönen Hauptfreiheit? Hör für Granate! Magazin leer! Die Demokratie! Magazin leer! Okay, okay. Vorräte! Hier weiter geht's. Was war das denn? Ein Riesenflieger oder so? Oh, scheiße! Oh, scheiße! Seltene Probe gesammelt! Ja, guck mal! Was ist das für ein Vieh gewesen hier? Taktikausrüstung verfügbar! Ja, jetzt höre ich mich schon wieder. Ja, das gab's doch bei Helder 1! Ich hab eine Probe! Herr bitte Ausrüstungsbeziel! Herr bitte Luftunterstützung! Hier kommt die Kamelerin! Kamelerin! Kommt mit ein wenig zu dem Platzien! Magazin leer! Fordere Befestigungen an! Herr bitte stärkere Waffen! Achtung, da liegen Minen, ne? Und da ist ein Raketenläufer, wenn es jemand anbraucht. Durchbruch! Achtung, Nebel! Ich glaub, der Nachwärm ist ein bisschen nah! Ah, der geht! Oh ja, ich liebe Minen! Oh, Demokratie! Was war das? Das war ein demokratischer Schlag! Ja, genau! Achtung, Minen! Der Einrad hätte sich jetzt dafür bedankt, Igel! Wir müssen noch ein bisschen üben, ne? Oh, danke, Meister, für diesen unfassbar schönen Schlag! Ich höre ihn schon, ich höre ihn mit dem Ohr! Es geht runter wie Öl! Das ist noch Munition, aber ich glaub, wir haben genug! Das ist noch Munition, aber ich glaub, wir haben genug! Oha! Karma! Karma strikes back! Das stimmt! Ich weiß nicht! Du hast es nicht! Das stimmt! Das stimmt! Ich halte mich nicht! Das stimmt! Und dann! Oh, hier ist der, äh, der Dildo. Der Dildo-Doser und der Arschblaster. Magazin leer! Aber das ist der falsche. Das ist der Fake-Dildo. Kriegt uns leider nichts. Aber wir sind ja sowieso nicht auf der Schwierigkeit. Wäre gerade eingefallen. Aber das wusste ich ja, weil ich bin unfehlbar. Du bist der Beste! Oh. Ach! Igel! Das brauchst du doch nicht sagen. Aber du hast natürlich recht. Ja, bitte Luftunterstützung! Hier kommt die Kavallerie! Ich bin bitte Luftunterstützung! Ich denke, es ist nicht! Man kann ich hier nicht... Wir müssen hier der Eingang. Ich verpasse den ganzen Spaß! Wir benötigen hier ein Geschöpft! Seltene Probe gesammelt! Ja, bitte Befestigungen! Ich gehe ans Terminal! Lade neu! Oh, Achtung! Okay, hier liegen Minen jetzt. Ne? Achtung! Ja, wir sehen. Ich sag das halt immer. Das sollte man... Das sollte der Minenwerfer immer tun, glaube ich. Ah, ich mach den Erzbohrer. Ich hab's schon wieder vergessen, sorry. Oder du? Ich bleib dann jetzt mal hier stehen, dann vergiss man den auch nicht. Aber wo hast du diese Handhabung des Bohrers gelernt, Igel? Ist das... Ist das auf der großen Knopfausbildung? Hast du das da gelernt? Ja, genau da! Die ganz große Ausbildung! Da muss man so Pfeile, so kleine Pfeilwürfel in die richtigen Pfeilfächer stecken, weißt du? Da ist ein Durchbruch. Ah, sehr gut, Nappel ist wieder ready. Spratz, 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 Spratz. Kostet ein wenig Demokratie! So, da bin ich, hallo. Ah! 20 Minuten für die Mission. Beiline! Ich bin am Terminus! Magasin leer! Positioniere Pippen! Sie ist westlich! Bleib weg! Okay, los geht's, los geht's, los geht's! Kennzeichen der Position! Guck mal, da sind noch drei Leuchtelichter, soll man die noch einsammeln? Ja, ne? Können wir doch noch machen. Guck mal, die sind direkt nebeneinander. Drei Leuchtelichter! Ich mag Leuchtelichter! Ich brauch Munition! Hier ist Muni! Das ist eine Patrouille! Schick ein Adler rein! Gerade nach! Ladung im Anschlug! Letztes Nachladen! Zum Hebe! Vorräte! Regeln braucht Munition! Nee! Das ist noch mehr! Vorräte! Markiere Position! Tschö! Tschö! Oh, ich bin echt gut zu proben! Ja! Ich schwirr, ja, das muss eigentlich! Schwer ist das nur! Ah, okay! Evakuierung verfügbar! Ja, deshalb hat das auch die großen Proben eben nicht! Ja, ja, aber das war auch der falsche Dildo! Es gibt ja den echten und den falschen Dildo! Genau! Da ist ein, äh, Dingens! Na toll, ich geh' schnell das Ding holen! Na gut! Na gut! Da war ein Flammenwerfer drin, wenn jemand einen haben will! Ja, weitergehen, weitergehen! Geil, ein Schuss! Ich hab ihn gekriegt! Geil! Geil! Okay, dann jetzt dahin. Okay, okay, okay. Nehmen wir das noch mit und dann... Boah, meine Güte! Vordere Verstärkung auf! Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Verreicht zu befreien! Das ist so Urlaub hier. Das ist halt Ferienausflug. Ist das da oben eine Special Mission? Ist da vielleicht ein Labor oder so? Südwestlich. Kann sein. Ah ne, da war die Artillerie. Guck mal, hier sind noch Buckholes. Südlich, 50 Meter. Seh ich gar nicht. Machen wir weg. Buckholes! Käferlöcher. Ja, bitte Luftunterstützung! Okay, boah. Ah, Käfer erkannt, Käfer ge... verbrannt. Ups! Okay, dann hauen wir jetzt mal ab hier. Ich hab ihn besucht, ne? Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Kräfte-Granaten! Magazin leer! Wie schmeckt euch die Freiheit? Meine Schuld, meine Schuld. Look in arrow! Lauf! Wiegel, lauf! Achtung Luftschlag! Spring! Sehr episch! Soll ich holen? Ja, hol! Ach du Scheiße! Igelmack! Achtung, der ist abgeprallt! Igelmack! Weg, 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 weg! Boah, Scheiße! Ist abgeprallt von dem... Von dem Scheißvieh. Von dem Scheißvieh. Da ist die Einfass tauft! Ja bitte geschützt! Hab eine Probe! Komm schon! Ah, wunderschön. Da kommt man gar nicht, das Blut kommt hier gar nicht in Wallung. Das ist wie auf dem Jahrmarkt hier. Ich will auch mal schießen. Hier mein Sohn. So ein Abflug. Los, los, los. Wollt ihr ewig leben, ihr Lappen? Ja. Und damit geht eine weitere, unfassbare Helldiver Mission zu Ende. Dort fliegen sie unter der Führung des Besten aller Besten der Besten. Unfassbar. Oh mein Gott, das war Alba. Genau der. Der einzig wahre. Nehmen wir jetzt alle Minenfelder mit? Oh, das ist eine gute Idee, glaube ich. Alle. Jeder zwei. Und dann die Aufsitztürme, bitte. Bringt leider nichts gegen die Großen. Aber ja, für die nächste Mission auf jeden Fall. Ein Einweg-Raketenwerfer, zwei Minenfelder und ein Doppelmaschinengewehr geschützt. Was darf das an Getränken sein? Wollen sie einen Demokratie-Shake dabei? Ja, bitte. Diät aber. Sehr gerne. So, und das war eine weitere Folge. Ich wünsche euch was, Leute. Das sind sie, die Helden. Ich wünsche euch das. Ja, freue ich euch. Das ist Spaß.